Guten Tag, du Volk des Orients. Ich bin Prinz Tino von Bagdad, auch wenn ich möglicherweise in Elberfeld zur Welt gekommen bin. Und genau in dieses Tal nehme ich euch jetzt mit, durch das eine rote Lebensader pumpt, die Wupper. Habe ich in nur einer Nacht aus mir rausströmen lassen, dieses Stück. Ihr werdet nicht alles verstehen, aber was ist schon verstanden? Seht, hört, fühlt. Ja, vielen Dank, eure Hoheit mit dabei sind. Auf der einen Seite die Arbeiterfamilie Pius, bestehend aus dem evangelischen Theologiestudenten Karl, seiner Mutter Amanda und der ziemlich bestimmenden Omama-Mutter Pius, die das Regiment führt. Wichtig ist aber auch Karls Opa Walbrecker von der mütterlichen Seite. Sein Vater ist schon tot. Und nebenan wohnt die hübsche 14-jährige Lieskind Puderbach, die für Karls Freund Eduard Sonntag schwärmt. Seufz, der auch Theologie studiert, allerdings katholisch. Außerdem hat er Geld und TBC, die Sonntags sind halt Fabrikbesitzer. Diese Fabrik wird gemanagt von seinem Bruder Heinrich, der ist ein bisschen älter. Außerdem gibt es dann noch die Schwester Martha, für die der Karl schwärmt. Seufz. Sie hingegen schwärmt für den sonntäglichen Geschäftsführer von Simon. Seufz. Und eine Mutti haben sie natürlich auch, das ist Frau Sonntag. Es gibt noch ein paar andere Figuren, vor allem aber die unheimliche Dreifaltigkeit der Herumtreiber mit den ominösen Namen Pendelfrederich, Lange Anna und der gläserne Amadeus. Warum die so heißen, erfahren wir nicht so richtig. Tante Else veröffentlicht ihr Stück 1909. Es ist eine eigenartige Mischung aus Naturalexpressionen und Symbolismus. Uraufgeführt wird es aber erst 1919. Los geht's bei Piusens in der Arbeitersiedlung, die wir hier sehen, wo Opa Walbrecker so ein bisschen Sorgen hat. Karl, hör mit dem Gelehrtenkrams diesem Theologiestudiums auf. Werd Färbermeister wie dein Papa. Da, in der Wupper fließt sein Blut. Dann heiratst er das Lieskind von nebenan. Und er so, ach, die nimmt mich auf. Wenn ich Pastor werde, da verdiene ich auch dreimal so viel. Opa Walbrecker, ich hab dir zum Geburtstagmorgen eine Pfeife von meinem Bruder geklaut. Brav. Ich sag dir auch Bescheid, wenn der junge Herr Eduard mal wiederkommt. Der sagt, ich bin seine Königsbraut. Und Mutter Pius stellt nüchtern fest, wacker Mädchen, Brüste wie junge Salatköppe. Und sie geht. Ja, es klingt sehr oft ein bisschen doppelbödig anzüglich in diesem Stück. Jedenfalls geht Opa in die Falle. Ach, noch einmal so ein junges Weib ins Bett. Aber Karls Berufswunsch lässt ihm keine Ruhe. Ach, Pastor. Genauso wie seiner Mutter Amanda. Pastor. Das liegt nur an meiner Schwiegermutter Pius. Sie hat schon meinen Mann verrückt gemacht. Jedenfalls wird's jetzt Nacht und die drei Herumtreiber treiben sich herum. Nament Karl, wir wollten zu deiner Oma. Die kann doch Karten legen und heilen. Geht mal lieber arbeiten. Du Geizhals, zeig mir dein Portemonnaie. Aber Karl macht lange Anna unschädlich. Aua, die drei pfeifen noch Verstärkung herbei. Mörder. Aber Opa Wallbrecker greift als brüllende Kavallerie aus dem Schlafzimmerfenster ein. Schert euch zum Teufel versoffene Nachteulen. Und zum krönenden Abschluss dieser Nachtszene schlafwandelt Lieschen im Hemdchen auf dem Dachfirst. Das müssten Sie sich jetzt bitte vorstellen. Zum Glück passiert ihr nichts. Noch nicht. Da es überhaupt noch keine elektronischen Unterhaltungsmedien gibt, guckt Mutter Pius gern mal bei den Reichen Sonntags in den Garten so über die Mauer. Vor allem, wenn ihr Enkel Karl da zu Besuch ist. Ja, und ich lege den Hausangestellten, hier der Auguste und der Bertha, auch die Karten. Aber ich finde es auch einfach geil, dass der Karl was Besseres werden kann. Und die Auguste so, mir auch die Karten legen bitte. Na ja, ich zeige euch auch ein Foto von Fräulein Marta. Die hat sich nackt fotografieren lassen. Wie bitte? Und der Heinrich kommt zu ihr, unterhält sich ein bisschen freundlich mit ihr und sagt, Na, heiraten Sie mich, Mutter Pius? Nee, aber kommen Sie mal auf die Messe. In meine Bude, da habe ich eine Delikatesse. Oh, ich muss auch schon wieder. Und im Vorbeigehen reißt sie der Auguste das Bild aus der Hand, das diese gebracht hat. Und die so, aber nein! Und der so, ach, die Mutter Pius, das ist schon unikum, die Olle. Es herrscht Sonntagsstimmung. Ja, die Bilanz wird gut dieses Jahr, aber Marta, ja, du hast gefälligst auf, mit dem Geschäftsführer rumzumachen. Dann geht Heinrich in den Biergarten und Frau Sonntag so, und Sie wollen evangelischer Pastor werden? Herr Pius ist deswegen Ihre Oma? Nein, aus theologischen Gründen. Er will heiraten, Mutti. Äh, soll ich Ihnen mal meine Stickarbeiten zeigen? Ja, ich will. Und dann gehen sie Stickarbeiten gucken und er so, Mama, kannst du mal ein bisschen nett sein zu Karl? Ja, und du, denk mal an dich, mir ist der so unangenehm, dieser Typ. Und zwischen den beiden knistert es ein bisschen, sagen sie, spielen Sie mit mir, Marta? Finger weg, sonst schlage ich zu. Und er so, ja bitte. Und dann schlägt sie wirklich zu. Aua! Und dann schlägt er zurück. Aua! Und er sagt, oh sorry, und will sie umarmen, aber sie läuft weg. Und er so, grrrr. Am Ende des Akts steht wieder die Herumtreiber-Dreifaltigkeit vor der Mauer, streitet sich um Geld, macht den Hausangestellten Angst. Aua! Und Karl ist mit der Gesamtsituation unzufrieden. Grrrr. Der dritte Akt. Das Zentrum des Stücks spielt auf dem Jahrmarkt, auf dem Mutter Pius nicht zufällig eine Bude hat. Denn sie sitzt hier so ein bisschen wie die Spinne im Netz, die die Fäden zieht. Da ist der Heinrich mit dem Lieskin. Ich hatte ihm ja eine Delikatesse versprochen. Ich will Karussell fahren. Das machen wir, Puppe. Sag mal, wie heißt denn eigentlich dein Schatz? Das ist der Herr Eduard, dem Karl Pius, sein Freund. Ups. Naja, Brüderchen steht ja eh auf Zölibat. Und die vergnügen sich. Da kommt der Geschäftsführer von Simon mit der Hausangestellten Bertha. Und sie natürlich. Nein, der Herr Heinrich. Ach, der ist besoffen. Ich will sowieso nicht mehr bei denen arbeiten. Ach ja, und wann heiraten wir? Und das hat sie sich schon ausgedacht. Nach Weihnachten. So, na dann könnten wir doch jetzt schon mal. Nee, ich bin anständig. Dann fängt ein bisschen Ärger an. Und zwar erstmal mit einem entlassenen Arbeiter. Dann wird Heinrich ziemlich auffällig. Kannst du mich leiden, Puppe? Und sie ist auch besoffen. Brüste habe ich wie junge Salatköppe. Und das ist ihm jetzt peinlich, dem Simon, der sagt, folgen Sie mir sofort. Sag mal, bist du der Chef oder ich? Also in diesem Fall doch eher ich. Und er tickt aus und sagt, Kameraden, stillgestanden. Ich war Leutnant. Alles hört auf mein Kommando. Und das macht die amüsierte Öffentlichkeit tatsächlich. Die exerzieren so ein bisschen. Und er so verhaftet. Und der von Simon haut ab. Und er so sperrt hinein. Und die gehen hinter ihm her. Da am Ende kommt auch wieder unser Triumvirat. Diesmal so ein bisschen als Straßenkehrer. Die gucken den Heinrich an und sagen, ach guck an, den kehrt der Tod auch bald weg. Damit sollen sie Recht behalten. Mit dem vierten Akt kehren wir ins Arbeiterviertel zurück, wo Eduard früh am Morgen zu Besuch ist und sagt, Lieschen, Herr Eduard, ich habe dir einen Kunstdruck mitgebracht. Guck mal, ach, das ist ja super. Da brauche ich nur noch einen goldenen Rahmen dafür. Schenken Sie mir den. Dann fliegt das Jesusbild raus. Aber Lieschen, ich muss dann auch mal. Und sie nimmt das Bild mit. Sie ist für ihn eher so ein christliches Missionsprojekt. Dann wird bei Piusens gefrühstückt. Und Mama Amanda ist total stolz. Das ist so eine Ehre, dass sie mit uns frühstücken. Karl, komm endlich runter. Noch fünf Minuten. Opa raucht. Ede hustet. Und Mutter Pius so, ich mache sie gesund. Ich habe da so Rezepte. Naja. Endlich kommt auch Karl. Sie trinken Kaffee zusammen. Jetzt wird es bei Lieschen zu Hause um die Ecke laut. Es wird heftig gestritten. Und die wissen alle schon, worum es geht. Und Mutti sagt so, Karl, geh da jetzt hin und sag was. Und er hat aber keinen Bock. Nee, auf keinen Fall. Opa, du willst doch Pfarrer werden. Na, dann geh ich. Und der geht hin und deeskaliert ein bisschen. Es stellt sich heraus, dass da offensichtlich etwas zwischen Heinrich und Lieschen gelaufen ist. Und sie ihre Ehre verloren hat. Es wird aber nicht ausgesprochen. Und die sagen nur, ach, was jetzt aus dem Lieschen werden soll. Und Ede so völlig ahnungslos. Ja, meine Schwester könnte sich doch um sie kümmern. Plötzlich springt Opa unter den Tisch und versteckt sich. Ja, der Kaplan. Geht so völlig harmlos ein Kaplan durchs Bild. Und er so, äh, was soll denn das, Opa Walbrecker? Naja, weil der Karl doch jetzt evangelischer Ketze wird. Und dann macht mir der Kaplan immer die Hölle heiß. Dann gehen alle so an die Arbeit. Ja, ich muss auch mal, morgen ist Examen, muss ich noch lernen. Ja, und wir müssen Wäsche bleichen. Übrig bleiben Mutter Pius und ihr Enkel Karl. Und die gucken denen so nach. Und sie sagt, äh, hast du eigentlich den Eduard lieber oder mich? Ach, Oma. Oder vielleicht die Marta, deine Flamme? Ich hab da ein Bildchen von ihr. Und sie zeigt ihm das Nacktbild von Marta. Und er so, ah, die steht auf dich. Sprich mal mit ihrer Mutter nach deinem Examen. Die feinen Herrschaften müssen ihren Gewächshaus-Genpool auch mal mit Freilandgemüse auffrischen. Und, äh, er weiß noch gar nicht, was er sagen soll. Da kommen so streikende Arbeiter vorbei und sagen, wir würden ja gern arbeiten, ne? Aber was willst du machen? Macht's wie in Russland. Hängt die Kapitalisten auf. Nee, wir hätten lieber eine Spende. Nee, ich geb nix. Ich bin im Arbeitskampf neutral. Der letzte Akt wird im Salon der Sonntags ausgetragen. Denn leider ist Heinrich über die Wupper. Er hat sich selbst getötet. Mutti ist enttäuscht. Der hätte gar nicht geboren werden sollen. Aber Edesow, der musste sich offensichtlich töten aus Ehrengründen. Er hätte halt Soldat bleiben können. Nur Marta geht schon wieder ganz gut. Kann man eigentlich Rose auf dem Standesamt tragen, Mama? Ach, und jetzt willst du wirklich ins Kloster gehen und uns alle verlassen? Ach, Mama, ihr seid mich sowieso bald los. Dann bin ich tot. Er ist ja sehr krank. Da kommt Karl und will Frau Sonntag sprechen. Hä? Und sie geht raus. In der Zwischenzeit tratscht die Auguste ein bisschen. Ich wollte ja den Herrn Heinrich nochmal im Leichenschauhaus sehen. Da war auch die Mutter Pius. Hat rund um die Leiche gesungen. Oh, du lieber Augustin und so rumgetanzt. Auguste, das ist wirklich wahr? Die Mutter Pius ist das Karussell, wo wir alle drin sitzen. Aber da ist auch Frau Sonntag schon wieder. Eduard, wieso hast du mir nicht gesagt, dass der Pius die Marta heiraten will? Wie bitte? Ja, er hat um ihre Handarten gehalten. Und ich hab gedacht, der wäre meinetwegen so oft hier. Ich hab ihm gesagt, der ist zu jung. Da kommen aus dem Garten Herr von Simon und Marta. Hand in Hand. Was ist denn hier los? Äh, ja. Das ist der andere Grund, warum er Marta nicht heiraten kann. Die beiden heiraten. Das ist so eine Schande, Mama. Verrat an Heinrich. Der konnte den Simon auf dem Tod nicht ausstehen. Und gestern haben wir ihn noch verdächtigt. Wahrscheinlich wegen Bertha. Wir können glücklich sein, dass der die Marta nimmt. Äh, ein Kuvert für Madame. Ja, gib her. Und sie guckt erstmal gar nicht rein. Alttestamentarisch zürnend stürmt ihr Sohn aus dem Raum. Beflecke unser Haus nicht. Und der so, darf ich der Mama die Hand küssen? Und sie so, äh. Er zerstreut, guckt Mutti in das Kuvert und stellt fest, Näh, ein Pornobild von Marta? Und damit endet dieser eng verwobene, geheimnisvolle Geschichtenteppich aus dem Wuppertal, von dem wir jetzt wirklich nur die allerwichtigsten Stränge nachvollziehen konnten. Die Schicht der Zivilisation ist dünn. Leidenschaften, die grell aufblitzen, verbinden uns alle unterirdisch miteinander. Gut und Böse sind nicht eindeutig auszumachen und rot fließt die Wupper in den Sonnenuntergang. Das ist das Leben, wie Tante Else es sieht. Ganz genau. Und das, liebe Gemeinde, war die Wupper von Else Lasker-Schüler. Vielen Dank.